Wir haben angeblich noch niemand erzählt, dass wir uns hierher kommen. Wir haben nicht unterscheidend, es kann zwischen uns darüber reden. Mit der Staffel haben wir hier wie bei Arthrose. Das ist eine so überraschend, weil sein Fahrrad hätte ihm gesagt, da gibt es große Unsicherheiten. Was machen die denn, wenn das sind die gesamte Probleme? So, jetzt macht er also ein NRT vom Oberbau. Hat aber mit dem Knochen das da so nichts zu tun. Und das kapiert er nicht. Wenn es ihm hilft. Ja. Ja.